Hallo zusammen, Freunde des Hilfsvereins Maria Luisa de Moreno. Heute sind wir hier in Bern und haben eine Aktivität durchgeführt zum Thema Umweltschutz. Wir wollen den Leuten bewusst machen, wie wichtig es ist, auf unseren täglichen Konsum zu achten, nicht zu viel Plastik zu verbrauchen und vor allem die Sachen wieder zu verwerten. Wir haben dieses Projekt durchgeführt in unserer Linie. Ayúdanos ayúdan, hilf uns zu helfen. Wir wollen den Menschen zeigen, dass es möglich ist, mit weniger Abfall zu leben und dass man mit den Kindern etwas Schönes daraus machen kann, mit dem Ziel, die Menschen für den Umweltschutz zu sensibilisieren und den Kindern und den Leuten diesen Wert weiterzugeben. Danke vielmals.